Aber genieß die Zeit, genieß die Zeit, genieß die Zeit, genieß das, weil das gehört dir, das gehört echt dir und das ist eigentlich echt schön, dass du so schön bist. Und halt einfach auch, einfach in zwei Wochen werde ich 18, dann kann ich schon ein bisschen mehr machen. In zwei Wochen wird sie 18, aha. Hab ich noch zwei Wochen Zeit. Ich versuche irgendwie, wenn du, wenn ich das so nervt mit der Familie, ich meine, nicht ablehnen, aber versuch da so einen Schritt rauszugehen, selbstständig zu werden, ne? Das Vogeln lässt dich nicht ein Leben lang da. Irgendwann ist es weg. Ja, ich weiß nur. Nur momentan bin ich halt so für meinen Mom da, die es immer wieder an. Okay, I'm in, kurz. Whenever you're ready. I need data. Naja, no problem. Von einer Mutter. Von einer. Ja, always I wait for you when you trade. I never trade and you have to wait for me. Like last 15 minutes. Du kannst deine Mutter nicht immer behüten. Was? Was denn?